zum aufwärmen geht er einfach wie gerade eben direkt ans netz erstmals zu zweit gegenüber einen ball nehmen versuchen den ball dreimal zu spielen dann über das netz miteinander im spiel halten wenn es klappt dann versuchte den dritten ball stand zu legen ok oder im dritten ball im sprung ja im stand erstmal legen weil wir so viele sind dann macht ihr eine dreiergruppe ist auch nicht schlimm dann macht ihr eine dreiergruppe sind zwei nebeneinander auf der einen seite und eine einzelne auf der seite ok und dann macht ihr das im wechsel einmal die leonie einmal du ok was ihr jetzt macht ihr spielt drei mit drei dreimal spielen ok ziel dass jeder den ball berührt das heißt wenn jetzt hier rein einem team sind an nimmt den ersten ball spiel zu dann spielt annalena drüber ok gut los geht's so so ja 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 ja